Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation und unserem Webinar zur Einzelraumregelung Effizient heizen mit KNX. Mein Name ist Frederik Riedl, ich bin bei der Firma Elsner im Technischen Service und Support tätig und ich führe Sie heute durch das Webinar. Das Webinar heute findet live statt, daher können Sie gerne Ihre Fragen im Chat stellen. Das Chatfenster finden Sie rechts oben. Wer von Ihnen hat heute Morgen beim Verlassen des Hauses den Heizungsregler runtergedreht? Gerne können Sie sich dazu im Chat äußern. Ich denke, die meisten von uns haben es heute Morgen nicht gemacht. Was denken Sie, ist die Wohlfühltemperatur subjektiv? Ich denke, jeder von uns kennt die auf dem Foto dargestellte Situation. Gerne können Sie sich auch hierzu nochmal kurz im Chat äußern. Ja, viele haben hier kommentiert und ich denke, jeder kennt das von uns. Das Wärmeempfinden von Menschen ist sehr unterschiedlich. Dennoch kann Behaglichkeit auch schon mit sehr einfachen Mitteln herbeigeführt werden. Das ist zum Beispiel möglich, indem wir Luftzug vermeiden oder auch größere Temperaturunterschiede vermeiden. Denn die beiden Punkten werden von meisten Menschen als sehr unangenehm empfunden. Nach diesem Webinar heute sind Sie in der Lage, die optimalen Temperaturen in verschiedenen Räumen zu bestimmen, das Prinzip der Einzelraumregelung anzuwenden, die unterschiedlichen Funktionsweisen der Regelungsarten zu unterscheiden und korrekt anzuwenden und den passenden Raumregler für das Projekt auszuwählen. Kommen wir zur Agenda. Zuerst schauen wir die optimalen Raumtemperaturen an. Dann lernen wir das Prinzip der Einzelraumregelung kennen. Danach geht es weiter mit den verschiedenen Regelungstypen, dem Zweipunkt- und dem Stetigregler. Als nächstes lernen wir die Betriebsartenumschaltung im Raumtemperaturegler kennen. Dann geht es weiter mit dem zweistufigen Heizen und zum Schluss gibt es eine Übersicht über Elsner Raumregler und Heizungsaktoren. Bevor wir uns mit der Regelung der Raumtemperatur beschäftigen, müssen wir uns mit den verschiedenen Temperaturbereichen im Gebäude auseinandersetzen. Ich habe hier mal eine Grafik mitgebracht, auf der wir verschiedene Räume in dem Gebäude abgebildet sehen. Die richtige Raumtemperatur wirkt sich stark auf unser Wohlbefinden aus. Daher ist die optimale Raumtemperatur auch je nach Aufenthaltsort, zum Beispiel im Büro, im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder auch im Fitnessraum einfach unterschiedlich. Und nur wer sich auch in der Umgebung wohlfühlt, ist entsprechend produktiver und vitaler. Wenn wir uns hier das Beispiel vom Wohn- und Arbeitszimmer anschauen, dann bewegen wir uns hier meistens in dem Temperaturbereich zwischen 20 und 22 Grad. Wenn wir dann rechts unten das Badezimmer anschauen, da haben wir dann schon deutlich höhere Temperaturen oder links unten im Flur dann niedrigere Temperaturen. Im folgenden Abschnitt schauen wir uns das Prinzip der Einzelraumregelung an. Hier sehen wir die Prinzipdarstellung eines Raumtemperaturregels. Auf der linken Seite in dem Kasten ist der Raumtemperaturregler zu sehen, der die Raumtemperatur erfasst. Und der Raumtemperaturregler sendet eine Stellgröße an unser Heizungsventil. Das Heizungsventil wird entsprechend geöffnet und warmes Wasser fließt weiter zum Heizkörper. Der Heizkörper gibt die Wärme an den Raum ab und so kann die Raumtemperatur nur noch durch Raumeinflüsse beeinflusst werden. Dann wird die Temperatur wieder neu erfasst und der Regler regelt entsprechend wieder nach. Auch im Raum selbst gibt es verschiedene Einflüsse auf die Raumtemperatur. Zum Beispiel abstrahlende Wärme durch Beleuchtung, Elektrogeräte oder durch die im Raum befindenden Personen. Zum Beispiel gibt eine Person auch eine Heizleistung von ca. 80 bis 100 Watt ab. Hier sehen wir die schematische Darstellung mal technisch dargestellt. Der abgebildete Raumregler, unser Carla Touch, den man rechts im Bild sieht, erfasst wieder die Raumtemperatur, vergleicht die Soll- und die Ist-Temperatur und sendet die entsprechende Stellgröße über den KNX-Bus an den Heizungsaktor. Der Heizungsaktor steuert unser Ventil entsprechend an und die roten Pfeile, die man hier sieht, die zeigen den Warmwasserfluss zum Heizkörper. Das heißt, der Heizkörper wird mit warmen Wasser durchflossen, gibt seine Wärme an den Raum ab und der blaue Pfeil ist der etwas kühlere Rücklauf, der dann wieder zur Heizungsanlage zurückfließt. Gibt es an dieser Stelle Fragen? Dann gerne schon mal in den Chat schreiben. Ich werde sie gerne beantworten. Okay, dann geht es weiter mit dem Zweipunktregler. Im nächsten Abschnitt möchten wir uns mit der Funktionsweise damit beschäftigen. Ich habe hier mal eine Grafik mitgebracht. Hier sehen wir rechts dargestellt einen typischen Zweipunktregler. Ich denke, jeder von uns kennt die klassischen Bimetallthermostate, die es in den meisten Räumen mit Fußbodenheizung gibt. Das sind die klassischen Zweipunktregler. In der linken Grafik habe ich die Funktionsweise von so einer Zweipunktregelung mal dargestellt. Die grüne Linie ist unser Sollwert, zum Beispiel 25 Grad und die rot gestrichelte Linien zeigen den Hysteresebereich an. Der Hysteresebereich ist der Bereich, bei dem das Thermostat ein- und ausschaltet. Wir nehmen hier in der Grafik mal an, der Hysteresebereich befindet sich zwischen Plus und Minus einem Grad. Das bedeutet, der Regler schaltet bei Unterschreiten von 24 Grad die Heizung ein und bei Überschreiten von 26 Grad die Heizung wieder aus. Wenn wir jetzt einfach mal der gelben Linie folgen, da sehen wir die Linie, die steigt, dass die Temperatur, die steigt bis zum Maximalwert und unten drunter sehen wir dazu auch immer die Stellgröße. Das heißt, wenn die gelbe Linie den Maximalwert erreicht, wird die Stellgröße abgeschalten. Somit geht unsere Heizung aus. Die Temperatur fällt wieder bis auf unseren minimalen Wert. Wenn der Minimalwert erreicht ist, dann wird die Heizung wieder eingeschalten und die Zweipunktregelung beginnt von vorne. Einstellung der Hysterese im Zweipunktregler. Wenn wir eine sehr große Hysterese im Zweipunktregler einstellen, haben wir wenige Ein- und Ausschaltzyklen. Das ist natürlich für unsere Heizungsventile schonend, aber die Regelung ist dafür sehr ungenau. Meistens schwankt die dann sehr groß um den gewünschten Solvet rum. Wenn wir die Hysterese sehr klein wählen, dann haben wir viele Ein- und Ausschaltzyklen. Deshalb ist es nicht geeignet für Heizungsregler mit Relais bzw. Heizungsaktoren mit Relais. Allerdings bei einer kleinen Hysterese treffen wir exakter die Wunschtemperatur. Man muss auch beachten, wenn man die Hysterese sehr klein wählt, dass so ein Heizungsventil zum Öffnen und Schließen so ungefähr drei bis fünf Minuten benötigt. Das heißt, wenn wir die Hysterese so klein wählen, kann es sein, dass unser Heizungsventil einfach nicht mehr richtig arbeiten kann. So, gerade haben wir uns mit der Zweipunktregelung beschäftigt. Im nächsten Abschnitt lernen wir nun die Heizungs-PI-Regelung kennen. Ein PI-Regler ist ein sogenannter Stetikregler. Die Stellgröße kann also jeden beliebigen Wert von 0 bis 100% annehmen. In einfachen Worten bedeutet es, dass der Stetikregler nicht nur ein- und ausschalten kann, sondern die Stellgröße feinfühlig an die Temperaturdifferenz des Raumes anpasst. Im oberen Beispiel habe ich die Funktionsweise des PI-Reglers mal grafisch dargestellt. Das ist die hellblaue Linie, die man hier sieht. Nach dem Einschalten des Reglers schwingt der Regler oder die Temperatur anfangs etwas um den Sollwert und nähert sich dann im Verlauf immer den gewünschten Sollwert wieder an. Unsere Raumcontroller, die wir später noch kennenlernen, haben alle so eine integrierte PI-Regelung. Schauen wir uns die Vor- und Nachteile der PI-Reglerung an. Die Vorteile sind, der Regler regelt stetig nach und die gewünschte Solltemperatur wird sehr genau erreicht. Die Nachteile wären, dass die Einstellung der Regelparameter etwas aufwendiger ist wie bei einem Zwei-Punkt-Regler und man muss die PI-Regelung an das verwendete Heizsystem anpassen. Kommen wir zur Auswahl der Regelung je nach Heizungstypen. Ich habe hier mal eine kleine Tabelle mitgebracht, bei der wir immer links die verschiedenen Heizsysteme sehen und rechts dargestellt, welche Regelung wir dafür empfehlen. Gerade bei einer Warmwasser-Konvektorheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen kann man die Stetik- oder die Zwei-Punkt-Regelung einsetzen und bei normalen Temperaturen von der Vorlauftemperatur her verwendet man eher die PWM-Regelung. Bei Fußboden- oder Wandheizungen, also sehr trägen Systemen, arbeitet man gerade wieder mit der Stetik-PI-Regelung und bei einer Warmwasser-Gebläseheizung kann man auch wieder die PI-Regelung einsetzen oder wenn es eine schnelle Warmwasser-Heizung ist, die mit einem Gebläse-Konvektor arbeitet, kann man auch wieder die Zwei-Punkt-Regelung verwenden. Bei der Elektroheizung, bei der Konvektorheizung verwenden wir wieder die Stetik-PI-Regelung und bei einer Gebläseheizung die Zwei-Punkt-Regelung. Zusammenfassend kann man sagen, für schnelle Heizsysteme verwenden wir in der Regel die Zwei-Punkt-Regelung und für trägere Heizsysteme die PI-Regelung. Wir haben jetzt schon mehrfach den Begriff PWM gehört und im Folgenden schauen wir uns hier noch die Funktionsweise von so einem PWM an. Unsere Heizungsaktoren, zum Beispiel der CAN XK4, erhält von einem Temperaturregler eine Stellgröße und die Stellgröße in Prozent muss in den Puls-Zweitmodulations-Signal, also dem sogenannten PWM-Signal umgewandelt werden. Für die stetige Regelung ist es notwendig, dass so ein Ventil nicht nur vollständig öffnet oder schließt, sondern dass wir das Ventil auch in verschiedene Zwischenstellungen anfahren können. Und das übernimmt die sogenannte PWM-Ansteuerung. PWM steht immer für das Verhältnis zwischen dem Puls und einer Pausenzeit. Und das Ganze sieht man hier in der Grafik. Rechts immer dargestellt, die Öffnung von dem Ventil, zum Beispiel 50 Prozent. Wenn wir uns in der Linie von den 50 Prozent befinden, dann sehen wir, das Ventil ist zur gleichen Zeit eingeschalten wie auch ausgeschalten. Also das Puls-Pausen-Verhältnis ist gleich. Wenn wir uns das weiter oben anschauen, zum Beispiel bei 25 Prozent, da sehen wir, dass wir ein größeres Pausen-Verhältnis haben, wie ein Einschalt-Verhältnis und dadurch wird das Ventil etwas weniger geöffnet. Als nächstes behandeln wir die Betriebsarten-Umschaltung bei Raumtemperaturreglern. Die meisten Temperaturregler im KNX-Bereich verfügen über die sogenannten HVAC-Objekte. HVAC steht hier für Heating, Ventilation, Air Condition und Cooling. Über diese Umschaltung kann zum Beispiel am Display des Reglers die Temperatur bei Nichtbenutzen eines Raumes herabgesenkt werden. Denkbar ist auch eine Absenkung in Abhängigkeit zum Beispiel von einem Zeitraum oder einem Kalender, um zum Beispiel die Heizung in Schulferien abzusenken. In der linken Spalte sehen wir immer die Betriebsart. Hier haben wir Betriebsarten wie Automatik, Komfort, Standby, Eco und Gebäudeschutz. Und in der zweiten Spalte wird immer das Wert von dem KNX-Objekt vorgegeben. Also wenn wir den Komfortbetrieb aufrufen möchten, müssen wir eine 1 an das KNX-Kommunikationsobjekt senden und wir befinden uns im Komfortbetrieb. Oder für den Gebäudeschutz die 4. Dahinter sehen wir noch verschiedene Temperaturen. Zum Beispiel wenn wir uns im Komfortbereich befinden, würde die Heizung auf 21 Grad heizen und zum Beispiel im Eco-Betrieb auf 16 Grad. Die Temperaturen kann man alle in den Parametern von unseren Temperaturreglern einstellen und vorgeben. Und die lassen sich auch noch über externe Kommunikationsobjekte in einem bestimmten Bereich verändern. Das ist dann noch mal in der letzten Spalte dargestellt. Bei älteren Temperaturreglern ist häufig eine Ansteuerung über 3x1-Bit-Objekte zu finden. Das sieht man jetzt in der folgenden Tabelle. Hier wird die Betriebsart mit 3x1-Bit-Werten umgeschalten. Die Werte, die hier als X aufgeführt sind, haben keinen Einfluss auf den Zustand der Betriebsart. In unseren Temperaturreglern kann man umstellen, ob man die HVAC-Objekte oder die 3x1-Bit-Ansteuerung verwenden möchte. Ich springe gerade noch mal zurück. Da ist eine Frage eingegangen. Und zwar lautet die Frage, wann das Objekt automatisch verwendet wird. Also in unseren Temperaturreglern ist es so, wir haben HVAC-Objekte mit verschiedenen Prioritäten. Und die Priorität 1 ist die höchste Priorität, die ist übergeordnet der Priorität 2. Wenn die Priorität 1 auf Automatik steht, ist automatisch die Priorität 2 aktiv, was dort eingestellt ist. Und sobald ein anderer Betrieb ausgewählt ist bei der HVAC Priorität 1, dann ist der übergeordnet. Das heißt 0 setzt im Prinzip die Priorität 1 inaktiv, um somit wieder die Priorität 2 zu verwerten. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Okay, wir waren hier stehen geblieben bei der Betriebsartenumschaltung. Und wie wir alle wissen, spielt heutzutage der Energieverbrauch eine große Rolle. Daher möchten wir die Heizung nicht nur regeln, sondern diese auch smart machen. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, die Heizung bei Anwesenheit von Personen im Raum einzuschalten und bei Abwesenheit die Temperatur abzusenken. Eine weitere Möglichkeit wäre auch die Heizung bei geöffneten Fenstern abzusenken. Das Ganze habe ich hier mal grafisch dargestellt. So, wir haben uns gerade die Grafik schon mal grob angeschaut. Am linken Regler sehen wir die HVAC der Priorität 2. Das ist der Regler, der sich zum Beispiel im Raum befindet. Hier können wir die gewünschte Betriebsart einstellen, zum Beispiel Komfort oder Standby. Und dann gibt es einen Bewegungsmelder oder einen Fensterkontakt, der hier als Schalter dargestellt wird. Wenn dann das Fenster geöffnet wird, schaltet der Kontakt um, wie wir sehen. Es wird dann mit der 1 die Priorität 1 aktiviert und die HVAC der Priorität 2 abgekoppelt. Das bedeutet, die höhere Priorität ist aktiv und unser Regler schaltet zum Beispiel bei geöffnetem Fenster auf den Betriebsart Frostschutz. Und dadurch wird die Temperatur im Raum abgeschalten. Wenn das Fenster wieder geschlossen ist, wird wieder, ist wieder die Priorität 2 aktiv und die voreingestellte Betriebsart vom Raum wird wieder aufgerufen. Dann schauen wir uns das Ganze noch mal etwas technischer an. Und zwar das Prinzipbeispiel von vorhin. Wir haben wieder unseren Raumcontroller, den KALA, der die Temperaturregelung übernimmt und eine Stellgröße auf den KNX-Bus sendet. Der Raumtemperaturregler, der KALA, hat zusätzlich die Möglichkeit, vier Binäreingänge auszuwerten. Und hier könnten wir eben so einen Fensterkontakt anschließen, der dann später unsere Raumtemperatur absenkt. Die zweite Variante wäre, unseren Intrasee wie den Präsenzmelder einzusetzen. Über den könnten wir dann bestimmen, wenn Bewegungen im Raum sind oder Präsenz erkannt wird, die Heizung auf Komfortbetrieb umzuschalten. Und wenn eine bestimmte Zeit lang keine Präsenz mehr detektiert wird, können wir die Temperatur wieder absenken. Und der Raumregler, der steuert das Ganze, sendet die Stellgröße an unseren Heizungsaktor, den K4. Und der Heizungsaktor, der steuert das Ventil und den Warmwasserfluss durch das Heizsystem. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns noch einen Sonderfall, das zweistufige Heizen an. Ein zweistufiges Heizen ist meist eine Kombination aus einer Heizung, die träge reagiert, in der Kombination mit einer Zusatzheizung. Als Beispiel, wir haben zum Beispiel ein Badezimmer mit einer Fußbodenheizung. Die Fußbodenheizung hält die Standardraumtemperatur und wird nun eine deutlich höhere Temperatur angefordert. Zum Beispiel die Soll-Ist-Differenz setzt drei Grad von der gewünschten Soll-Temperatur weg. Dann wird die Wandheizung zusätzlich aktiviert, damit man die Raumtemperatur schneller erreichen kann. Die Funktion ist auch in unseren Heizungsreglern enthalten. Im Folgenden möchte ich noch eine kleine Übersicht über die Elsner Raumregler und Heizungsaktoren geben. Wir schauen uns zuerst die Serie KNX-ETR an. Hier links dargestellt, sehen wir den KNX-ETR101, ein Raumtemperaturregler, der sehr einfach zu bedienen ist. Wir haben eine Plus-Minus-Taste, über die können wir den gewünschten Sollwert verstellen oder auch eine Basis-Sollwert-Verschiebung damit umsetzen. Das gleiche Produkt bieten wir auch noch mit zusätzlichen Binäreingängen an, um zum Beispiel auch noch eine Schaltfunktion über den Binäreingang auszuführen. Das Produkt hat natürlich auch einen integrierten Temperatursensor mit enthalten, der direkt die Raumtemperatur erfasst. Hier sehen wir eine weitere Ausführung der ETR-Serie, der ETR 208. Wie man sieht, entspricht er eigentlich dem ersten Produkt, aber er hat noch Zusatzfunktionen. Und zwar können wir nicht nur die Temperatur regeln und messen, sondern wir können auch die Beleuchtung schalten oder dimmen und zusätzlich noch eine Beschattung oder ein Fenster ansteuern. Ein weiteres Produkt aus der ETR-Serie ist der ETR 102 FC. FC steht in dem Fall für Fan Coil und hier haben wir die Möglichkeit verschiedene Gebläsesteuerungen, Gebläsestufen zu steuern und auch wieder eine Temperaturregelung mit integriert. So, das war's zu der ETR-Serie. Wir haben noch eine weitere Serie, die in das 55er Rahmenprogramm eingebaut werden kann und das ist der KALA KNX. Der KALA KNX ist ein vollständiger Raumcontroller. Wir haben mit dem Gerät mehrere verschiedene Seiten über den Touch-Display, die wir aufrufen können. Es gibt integrierte Temperaturmessung, Temperaturregelung. Wir können Licht schalten, dimmen, Sonnenschutz steuern. Er hat vier Binäreingänge, wie wir schon kennengelernt haben. Und er hat auch noch die Möglichkeit auf einer universellen Anzeigeseite verschiedene Messdaten, zum Beispiel das Wetter darzustellen. Aus dieser Serie gibt es den KALA T101. Das Gerät ist baugleich zu dem ETR 101, nur dass er in das 55er Rahmenprogramm integriert werden kann. Ich finde es ein sehr schönes Produkt, weil er sehr einfach zu bedienen ist. Man hat eine Plus-Minus-Taste, um den Sollwert zu verstellen und somit weiß eigentlich jeder sofort am Produkt, was er einstellen kann. So, dann gibt es noch eine weitere Ausbaustufe zu der Serie KALA. Und zwar der KALA Multi-Touch. Das ist eine Kombination und ich finde, der eignet sich optimal zum Beispiel für Gästezimmer oder vielleicht auch ein kleines WC. Mit dem Gerät kann man schon fast alle Funktionen im Raum abdecken. Wir haben die Möglichkeit Licht zu schalten oder zu dimmen, eine Beschattung zu fahren und wir haben einen Temperaturregler drin. Hier allerdings ohne in der Displayanzeige, sondern mit drei LEDs für Plus oder für Minus und können darüber eine Basis-Sollwertverschiebung dann vornehmen. In dem kleinen Thermostat, das wir hier sehen, wird auch eine rote oder eine blaue LED angezeigt. Je nachdem, ob der Regler im Heiz- oder im Kühlbetrieb. Das Ganze habe ich jetzt hier nochmal grafisch dargestellt, wie das im eingebauten Zustand aussehen kann. Hier sehen wir den KALA im 55er Rahmenprogramm eingebaut und hier nochmal in der Detailansicht. Hier steht jetzt der KALA als Bezeichnung nicht nur mit KALA-T, sondern wir sehen hier den KALA-Touch KNX-Aqua STH. Das bedeutet, wir bieten das Produkt auch noch mit einer erweiterten Sensorik an, zum Beispiel um die Luftqualität zu messen, Temperatur und Feuchtigkeit. Die Installation ist auch sehr einfach von dem Produkt. Man benötigt nur die Bus-Spannung und kann ihn einfach ins 55er Rahmenprogramm integrieren. Ich sehe, es ist noch eine Frage eingegangen. Die passt sehr gut zu unserer übernächsten Seite, zu den Heizungsaktoren. Dann werde ich die in diesem Zuge dann erklären. Schauen wir uns noch ein weiteres Produkt an und zwar den NUNIO KNX. Wir haben ein Gerät mit einem beleuchteten Touch-Display, auf dem wir einstellen können, ob wir eine Taste, einen Doppeltaster, drei Tasten oder einen Vierfachtaster verwenden. Und wir können auf eine Seite zur Raumtemperatur wechseln. Auf der Raumtemperaturregler können wir wieder die Betriebsarten umschalten, wie wir sie in dem Bild sehen. In dem Fall wieder Komfort aktiviert. Wir haben auch die Möglichkeit, eine Fan-Call-Steuerung zu machen. Da sieht man das Symbol für das Lüfterrad. Und es ist eine integrierte Temperaturmessung in dem Produkt mit enthalten. So, hier sehen wir unsere Folie zu den Heizungsaktoren. Und so ein Heizungsaktor von uns, der K4, hat vier Ausgänge für 230 Volt, Ventile bzw. Stellantriebe und auch einen integrierten Temperaturregler für jeden Kanal. Der Ausgang wird dann über PWM angesteuert. Was PWM ist, haben wir ja vorhin kennengelernt. Jetzt kam die Frage, was besser ist, ob wir den Temperaturregler im Heizungsaktor verwenden sollten oder den Temperaturregler zum Beispiel im Raumcontroller im Kala. Letztendlich sind beide Versionen umsetzbar und wir haben eigentlich den Raumtemperaturregler im Heizungsaktor mit drin, weil nicht alle Raumcontroller sowas mit abdecken. Also es gibt einfach reine Sensoren, die nur den Messwert liefern. Und wenn jetzt in einem Raum kein Raumcontroller vorhanden ist und nur ein reiner Temperatursensor und vielleicht eine Visualisierung, die vom Hausmeister verstellt wird, dann würde ich den Temperaturregler im Heizungsaktor umsetzen. Wenn aber ein Raumcontroller im Raum verbaut ist, würde ich den Raumregler oder die PI-Regelung in dem Raumcontroller umsetzen. Somit hat man auch immer die Zuordnung im Produkt vom Raumregler mit drin, passend zum Raum und nicht dann alle Regler im Heizungsaktor. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Wenn weitere Fragen sind, gerne noch mal in den Chat reinschreiben. So, wir sehen hier noch einen weiteren Heizungsaktor von uns, der KNX K8. Der ist baugleich zu dem Heizungsaktor K4, nur dass wir hier bis zu acht Ventile anstreuen können. Die Dauerlast von so dem Ausgang von unserem Aktor beträgt 8 Watt und wir können maximal einen Einschaltstrom von 1,1 Ampere schalten. Das bedeutet, man hätte auch die Möglichkeit, pro Kanal mehrere Ventile zu steuern oder einzuschalten. Also wenn man jetzt einen großen Raum hat mit mehreren Heizkreisen, die gleich gesteuert werden sollen, könnte man das dann auch über einen Kanal realisieren. So, dann bin ich auch schon ans Ende von meiner Präsentation und dem Webinar angelangt. Wenn Fragen sind, dürfen Sie hier gerne noch mal in den Chat schreiben, dann werde ich die gerne noch beantworten. Sie bekommen auch im Anschluss noch einen Feedbackbogen zugesandt und auch alle Unterlagen zu dem Webinar. Bleibt gerade noch ein paar Minuten hier online, dass Sie Ihre Fragen stellen können. Die werde ich dann gerne für alle vorlesen und beantworten. Und falls im späteren Verlauf noch mal Fragen auftreten sollten, können Sie auch gerne hier mal eine E-Mail-Adresse notieren und mir eine E-Mail zusenden. Hier ging noch die Frage ein, ob die Präsentation später verfügbar ist. Also wir haben das Webinar heute aufgezeichnet. Das heißt, wir werden das dann auch später noch auf YouTube veröffentlichen und die Präsentation wird auch entsprechend mit dem Feedbackbogen Ihnen zugesandt. Auf unserer Webseite finden Sie auch unter der Elsner Academy immer die nächsten Webinare. Da werden wir viele schöne Themen in nächster Zeit behandeln, also gerne auch reinschauen und sich fürs nächste Webinar anmelden. Und ich bedanke mich, dass Sie heute am Webinar teilgenommen haben. Bis zum nächsten Mal.